Po, Splits, damit hab ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Aha. Okay. Och, nö. Och, nö. Seid gegrüßt, ich komme aus der Zukunft. Das sagten sie bereits. Trixi, altes Haus, du hier? Ach, so haben wir uns getroffen. Hat er mich schon gefragt, warum ich in der Zukunft ein Dinosaurier habe? Schon verrückt mit diesen Zeitreisen, oder? Da sagst du was, Trixi, da sagst du was. Ob ihr ein Drache seid, hab ich gefragt. Nein, ich bin eine Schildkröte aus der Zukunft. Ach so, na gut, dann gehabt euch wohl. Dito, währenddessen am anderen Ende der Welt? Schatz, hast du die Sonnencreme eingepackt? Oh, ach Mist, die hab ich vergessen. Ich will die Scheidung. Haha, du hast Scheide gesagt. Währenddessen, am anderen Ende der Welt? Oh, wer könnte das denn sein zu so später Stunden? Haha, reingelegt. Ach du alter Zeitreiseschlawiner. Was gibt's denn? Wo brennt der schon? What? Haha, Punchy, du kommst zu spät. Ich bin nicht, Punchy. Dann verbiss dich doch, du Unions. Ach so, das ist ja blöd. Doch, kann man nix machen, ne? Na gut, dann sind wir mal wieder weg. Alles klärchen, guten Wuh. Danke. So, ihr Lappen, da hab ich wohl mal wieder den Tag gerettet, wa? What are you talking about? Na die ganze Sache mit den Aliens und so. Donder egg. Oh, ihr könntet ruhig ein wenig dankbarer sein. You make no sense. Ach man ey, Zeitreisen sind doch doof. Wer bezahlt mir denn jetzt die Überstunden? Oh, we need to talk. Seh ich auch so. Das sollten wir vertraglich... You receive troubling data. Can you explain this? Flink wie Schildkröte. Oh, sir. Wie Schildkröte. Oh. Und hart wie Schildkröte. Oh. Oh. Ja gut, hab ich gesagt. Pansy. Das mit dieser ganzen Zeitreiseschichte, äh. Halt er noch. Da ist mir wohl ein wenig zu Kopf gestiegen. Sorry. Aber das war das einzige Mal. Versprochen. Indianer ehren worden.